Reddice Redemption 2 Und wir sind hier gerade gewesen mit den Friedensverhandlungen, mit dem Fallen in der Regen und so weiter und das ging nicht so gut aus. Und jetzt mal gucken, ich habe mir das gerade nicht markiert, ich sollte mir das hier markieren. So, da müssen wir einmal hin. Halt. Habe ich das jetzt falsch gesehen? Ach, fliegender Adler, das ist der Sohn. Ah, okay. Na gut. Okay. Yeah, you're a strong one, boy. Cool. Mister? Evening, Mister. Ah, jetzt habe ich für... Bisschen ums Pferd kümmern und so. Und ich selber sollte auch nicht zu kurz kommen. Ah, okay. Ihm geht es nicht so. Das wird immer schlimmer mit ihm. Ja, so. Na gut. So. Ihr wisst bescheid, ich überspringe das eben. So, dann sind wir jetzt mal langsam da. Dann gucken wir mal, was der Sohn vom Häuptling will. War der jetzt oben? Ich hoffe, er läuft jetzt mal nicht. Anscheinend schon. Okay. Das macht Sinn hier. Okay, sehr gut. Gucken wir doch mal. So. Diesmal... Das Sendy brauche ich nicht. Ja, so ist gut. So, und hier will ich meine Waffe wieder haben. Was ist denn da los? So. Okay. 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 Sehr schön. Dann gucken. So, okay. So, good are you to join us. What's going on? Rebellion. The smell of... Cordite and integrity. It is a beautiful thing. What are y'all doing? An eye for an eye. We didn't start this, Arthur. They did. We? This ain't our fight. It surely is. Whatever it is you're planning. It ain't a good idea. They want you to fight. Nobody will be killed. We're just gonna trap a few of them in the valley. Disarm them. Tar and feather them. And remind them to leave these boys alone. You have energy for Frank? Come on, Arthur. Just tweaking Uncle Sam's nose a little. I need you to help me. Okay, so that's you too. It's perfect. People will see these boys. They won't notice us. And they'll think we're gone. Everyone will blame everything on the Indian problem. And we'll disappear up the river. But first we need to trap them in this pass. Help me dynamite up these trees. So, you're using them? No, sir. No. Never. But it is mutually beneficial to draw attention to one problem and avail over another. These are good people. But their situation is real complex. We ain't helping them. Sure we are. Come on. Let's get this done. We don't have a lot of time. The patrol should be coming in a few minutes. Okay. Hurry, Arthur. I'll plant the dynamite. You run the wire. We'll keep lookout from up here. I sent for some of that dynamite. You and Bill commandeered in Van Horn. Good work with that, by the way. Bill played drunk. The perfect man for the job. So, you finally got to see Colm Hank. Yeah. After all those years. Hard to believe. Oh, but it was worth the wait. See? We're tying up the loose ends, Arthur. One by one. I think that should do it. Come on now. Quick. Get back up here. Okay. Let's go, Arthur. 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 The detonator's by me. Here. Mein Spotter wird uns wissen, wenn sie nah sind. Sie kommen jetzt. Oh, damn. Der Patrol ist viel größer als wir dachten. Keine Angst. Das ist eine gute Sache. Okay, das ist der Signal. Hier sie kommen. Bleiben und ruhig. Du bist sicher, dass ich diesen Plunger nicht möchte, Arthur? Nein! Ich verstehe. Oh, entferne den Kraft der Welt aus Ihren Schultern für einen Moment. Wie ich gesagt habe, wir werden ihnen nur ein bisschen Angst haben. Da sind sie. Sieht sich mehr als wir gedacht haben. Das ist gut. Wir sind nur hier, um zu sprechen. Und um ein bisschen eine gute, old-fashioned Humiliation. Du hast das, sonne, am wenigsten. Wait for my lead, man. Everyone, just stay calm. We've got the upper hand here. Okay, they've passed the first chance. What? Put your hands up. You're surrounded. Nobody need get hurt. Your humiliation of us has gone on quite enough. This ain't a good idea. Put down your guns. You are making a mistake, boy. No. You're making a mistake. Put your hands up, soldier. Take a little humiliation and leave these fine folks alone. Wer sind Sie? Ein interessiertes Bürger. Ist das so? Was jetzt? Wir müssen gehen. Nein, nein, noch nicht noch. Soldat, du und deine Freunde werden die Tuck-Tail und ran. Run! Entschuldigung? Ich bin schon fasziniert. Deine Freunde sind erst gefangen, Soldat! Mein Vater wird nicht glücklich damit. Was ist das? 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 Da gibt noch einen Patron in den Rear. Es sieht aus wie wir in den Händen. Du wirst. Das ist das. Sie sind auf unsere Seite. Lass sie auf uns. Lass sie runter. Oh! Das ist schlecht. Sonne, du bist. Ich will Sie all. Ich will Sie all. Du wirst. Du wirst. Du wirst. Du wirst. Das ist die Armee. Es ist eine Regime. Die Pastry Chefs und Bullies. Sehen Sie Ihre Mund. All Sie. Geben Sie was Sie können. Und dann gehen wir. Geben jetzt. Wir müssen jetzt gehen. Geben jetzt. Geben Sie diese Männer schnell. Dann gehen wir. Das ist Christoph. Warum sind wir hier raus? Sie haben Informationen auf dem. Das wird helfen unsere Freunde mit ihren Grund. Wir brauchen alles, was mein Vater kann nutzen, um zu stärken unseren Fall. Ich bin nicht sicher, dass viel zu stärken wird. Ihr Fall nach diesem Fall. Ich habe ein schlechtes Gefühl über das. Ich habe ein schlechtes Gefühl über das. Wir sagten niemanden. Wir sagten niemanden. Wir sind jetzt. Colonel Faber findet es mit uns. Findet ihr denn? Ja. Some poor fool from New Jersey. Die Leute sind nicht der Problem. Sie sind nur Kinder. Sie sind nur Kinder. Keep schauen. Das ist geiler. Sie sind nur Kinder. Die Leute sind nur blind. Sie sind nur blind. Die Leute sind die Verhältnis. Sie sind nur weinig. Ich glaube so. Sie sind nicht verdient. Sie sind... Sie sind nicht zu tun. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 So viel dazu mit allem ich habe, und ich werde immer versuchen, und Sie werden mich immer behaupten, und wir werden immer behaupten! Es ist nicht so, Dutch, schau mich an! Schau mich an! Schau mich an! Ich bin... Was für die Eagles? Wir müssen gehen, Arthur! Komm schon! Wir müssen schnell fahren! Bleib mit mir! Ja! 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 Okay! Lass uns hier drauf! Wir werden hier auf die Räume gehen! Okay! Lass uns hier auf die Räume gehen! Wir werden nicht die Häste über diesen Weg gehen! Also! Wir müssen mit dem Fett und versuchen, sie ein bisschen Pferd zu vergeben. Ich denke? Ich glaube nicht! Bleib nach etwas, Arthur! Ich werde sicher, Arthur, dass du hier bist! Das ist alles für dich! Hier ist es! Hier ist es! Komm schon! Wir sehen, ob es ein Weg durch hier ist! Du bist tot! Noch an, auf der Seite! Das ist so wichtig! Das ist so wichtig! Das ist so wichtig! Ich glaube nicht! Unter uns! Halt sie auf! Das ist ein los, Alter! Wir müssen etwas machen! Achtung! Los geht's! Huh? Followed my lead. I got a plan. This is a good one. Hello, officers. You keep them hands up and come here. Put your hands up. Hello, Captain. Keep your hands up and come here. Come here. We, uh, we can't do that. Your man, those men they killed, they were good men. You're fighting nature, Captain. Get over here! Ask my friend here. My whole life, I tried to fight change. It's a waste. I see that now. It's a waste. You can't fight nature, Captain. You can't fight change. You can't fight gravity. You're mine! You're mine! Come on, Arthur! Take my hand! Here! Oh, don't give up now! Come here, big boy! Oh, I got you! You're okay. You're okay. What a mess. I know. But a mess is what we need. Oh, we just escaped from chaos. Ah, eagle flies must have been taken. Taken or killed. Well, we can't go find out. No, not now. Charles, I'll... we'll send them. Where is it? He's probably back at camp. Let's split up. I'll go tell him. You rest up, then go meet him up at the reservation. We are going to make it, brother. I can feel it. Faith, Arthur. Have faith. Have faith. Amen. Oh man, oh man, oh man ey, das war ja wieder was, ne? Also man gerade so entkommen würde ich sagen. Also, naja, so, lässt man Happen essen und dann ins Lager zurück und so. Okay. So, Kalkan, du bist ja auch hier. Sehr schön. So, jetzt haben wir ja überlebt, so, ne? Die Falle an sich war nicht so verkehrt, aber dann haben die doch den Spieß umgedreht und ja, aussichtslose Lage eigentlich. Sind nochmal entkommen, mit Glück ins Wasser, da wo es tief war, geschwungen. Ja, gut, ne? Aber, ja. Da willst du ja nur sagen, ne? Aber das wird immer schlimmer, ne? Also, es geht schon gut im Ende zu, glaube ich. Ja, mal sehen, was dann noch folgt hier. Ja, ich hab ja das mit Celi noch offen und so. Und, ähm, mal gucken, was jetzt noch im Lager passiert. Ich bin gespannt. Alles klar. So, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Habt noch viel Spaß und, äh, ja, ihr wisst bescheid. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.